Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Was bietet eigentlich die App an? Das sagt schon in der Beschreibung Es gibt Musik, Videos und auch die Ausschnitte Beziehungsweise den Livestream von NDR 1 Niedersachsen Und der Regionalsendung Hallo Niedersachsen Und das fasst eigentlich auch das zusammen was es auch so gibt Und die Bewertung liegt eigentlich auch sehr gut dabei 4,5 Sterne hat es bekommen Die meisten halt sind der grüne Streifen Das sind die 5 Sterne gefolgt von dem hellgrünen Dann kommt schon 3 Sternchen bzw. 2 Sternchen und einen Stern hat es bisher noch gar nicht gegeben Also die App ist wohl nicht so schlecht wie es viele wohl vermuten Die halt nicht so geradewegs auf die Öffentlich-Rechtlichen stehen Weswegen ich dann auch an dieser Stelle sagen würde Schaltet einfach ab Wenn ihr schon so sagt Die sind scheiße Wir starten die App dann einfach mal durch Und ihr seht natürlich unten die Einblendungen der jeweiligen Logos Der Sendung in NDR 1 Niedersachsen Hallo Niedersachsen Hallo Niedersachsen ist die Regionalsendung Die es halt jeden Tag im NDR Fernsehen gibt Und NDR 1 Niedersachsen ist halt für das Territorium Niedersachsen zuständig Mit dem Regionalprogramm Denn der erste Sender des NDR Hörfunks NDR 1 ist in diesen Territorien gebaut In Hamburg heißt es 90,3 In Mecklenburg-Vorpommern Radio MV Und ich glaube in Schleswig-Holstein Da habe ich es leider vergessen Dann beginnt die Einführung Also für die, die sich die App zum ersten Mal neu runterladen Ihr seht das, was es alles gibt Es gibt Nachrichten Es gibt Fernsehbeiträge Und es gibt auch einen Messenger Um auch den Kontakt zu dem Team von NDR 1 Niedersachsen halt zu bekommen Ihr könnt dann auf Einführung direkt sofort schon am Anfang auf Beenden klicken Oder halt auch nicht Starten wir die App Generell gibt es sofort Nachrichten Das ist nämlich der Standard, der hier gesehen wird Ihr seht unter anderem mit dem Play-Button Oben drüber oder da unten unter der Schlagzeile Dass es sich um einen Video-Beitrag handelt Würde bedeuten, dass ihr dann diesen Beitrag dann auch im Fernsehen gesehen habt Oder sehen könnt Je nachdem, es gibt ja auch eine Mediathek im Internet unter NDR.de Ohne entsprechenden Button Beziehungsweise ohne entsprechenden Play-Knopf Ist es ein ganz normaler Artikel Den ihr euch durchlesen könnt Ihr könnt ihn auch entsprechend teilen Über die verschiedenen Messenger Sei es natürlich über den Facebook Messenger Über WhatsApp und vieles, vieles mehr Und auch das alles, was man ja von NDR.de kennt Also es ist wie schon gesagt Die mobile Version des Norddeutschen Rundfunks Auf Tablet und Smartphone runtergemacht Wenn man halt die Hauptschlagzeilen Die sich aus drei verschiedenen, vier verschiedenen Sachen besteht Kommen wir natürlich hier in die Region Hier haben wir Braunschweig, Harz-Göttingen Hannover, Weserleine-Gebiet Oldenburg, Ostfriesland, Lüneburg, Heide und Unterelbe So wie auch Osnabrück und das Emsland Und es gibt auch zum Schluss Also zum Schluss den Bereich Klicken wir auf Radio So kommen wir aktuell auf NDR 1 Niedersachsen Keine Sorge, der Player startet nicht automatisch Bedeutet, wenn ihr unterwegs seid Und geringes Datenvolumen habt Beziehungsweise geradewegs nicht so eine tolle Datenflat Was ja heutzutage leider immer noch so hier herrscht Dann startet sich nicht direkt der Player Sondern ihr seht oben rechts den Play-Button Ihr könnt draufdrücken Und dann könnt ihr die ganze Möglichkeit Die ganze Musikvielfalt von NDR 1 Niedersachsen bringen Was bietet NDR 1 Niedersachsen Natürlich Klassiker, Oldies und auch Schlager Also da seht ihr es, Oldies, Pop und Aktuelles Also für jeden was dabei Also selbst auch für welche, die Sagen wir mal 5 Jahre jünger sind Als meine Wenigkeit Ich will jetzt nicht das genaue Alter sagen Ihr wisst es ja schon Was ihr hier sehen könnt Ihr könnt auch den Titel teilen Ihr könnt die Titelliste Euch abrufen Was in den letzten Minuten gelaufen ist Sehen wir es jetzt Zu dieser Aufzeichnung Lief als letztes Joshua Joshua Caddison mit Jesse Ich kenne den Song Der ist auch recht toll Und ihr könnt euch Die ganzen Musiktitel Der letzten Stunden Euch nochmal durchschauen Wenn ihr sagen wollt Oh ich habe so um 9.15 Uhr So einen tollen Titel gehört Dann waren es die Blackfills mit Frankreich, Frankreich Ne, Blackfills waren ja nicht Frankreich, Frankreich Nein, einfach Frankreich, Frankreich Oder? Wann waren die das? Ich sollte es lieber Die Klappe halten Ja Was ich Upsala Ich hoffe ich habe jetzt nicht den Ne, ich habe jetzt falsch gedrückt Aber das ist auch nicht schlimm Wenn wir nochmal auf Titelliste zurückgehen Titelleiste habe ich gerade gelesen Seht ihr Ihr könnt auch auf die Titel von gestern Und auch von vorgestern Und auch vom Sonntag Und vom Samstag nochmal zurückgehen Also ihr habt die Chance Wahrscheinlich bis zu einer Woche zurück Euch die Titel nochmal durchzulesen Zu gucken Um zu wissen Hä, was wollen wir denn hören Denn ihr könnt auch So wie es ausschaut Nämlich auch Euch die Titel anhören Wenn wir draufklicken Mal gucken was passiert Okay es passiert nichts Aber wenn ihr oben rechts drückt Oh guck mal Jetzt passiert was Ne, jetzt hat sich nur der Titel gewechselt Jetzt gibt es Rhythm of the Night Okay gut Das ist wieder ganz was anderes Wenn ihr auf mitmachen klickt Dann kommt folgendes Gewinnspiele unter anderem Es gibt einen Hörerservice Und ihr könnt auch das Team von NDR 1 Niedersachsen anschreiben Voraussetzung Ihr müsst eine Anmeldung haben Um das überhaupt machen zu können Das ist das einzige Manko Was ihr habt Klicken wir auf Programm Gibt es dann halt Auch alle Sachen des Programms Von NDR 1 Niedersachsen Und man sieht auch hier Hier wird auch nochmal die NDR Niedersachsen App Noch einmal präsentiert Und ihr könnt auch hier ein iPad gewinnen Also das müsst ihr auch Selbst wissen Klicken wir auf Fernsehen Dann passiert folgendes Und wir kommen auf den Bereich NDR Dass jetzt der NDR sich gesagt hat Wir machen vier regionale Apps Für den NDR Das ist schon mal eine sehr gute Idee Was auch richtig ist Denn ich glaube Eine vollgepackte einzelne NDR App Wäre nicht gut Aber ich komme dazu später Und hier seht ihr dann auch Die einzelnen Fernsehbeiträge aus Niedersachsen Und hier seht ihr auch Hallo Niedersachsen Täglich 19.30 Also es gibt ja halt die 18 Uhr Sendung Mit den Nachrichten Es gibt die 19.30 Hauptausgabe Und vieles mehr Und was ihr sehen könnt Mehr Videos in der Mediathek Und sogar den Livestream von NDR Fernsehen Dann ist es hier aber auch Das Niedersachsen Fenster Bedeutet Ihr seht hier nur dann Hallo Niedersachsen Und nicht halt das Hamburg Journal Oder das Schleswig-Holstein Magazin Oder so Mehr ist dann auch hier nicht zu finden Wenn ihr euch fragt Wo finde ich denn das Programm Das ist hier dann anscheinend nicht zu finden Wenn ich jetzt mal auf den NDR Livestream klicke Dann genau passiert ist Ihr seht jetzt hier die Wiederholung Des Schleswig-Holstein Magazins Wenn wir aufs Menü klicken Dann seht ihr unter anderem Was wir hier nämlich zu finden haben So sieht es nämlich aus Dass das Radioprogramm mit dabei ist Bedeutet wir kommen wieder zurück Also wir sind dann hier beim NDR 1 Niedersachsen Programm Nicht beim NDR Programm Vom NDR Fernsehen Sondern von NDR 1 Niedersachsen Dann sehen wir natürlich Wie hier so alles Dabei ist Hellwach NDR 1 am Vormittag Die Plattenkiste NDR 1 am Nachmittag Und so weiter Könnt ihr auch auf morgen weiter gucken Das haben wir dann hier auch Dieselben Sachen Michael Thürnau im Übrigen Der Bingo-Moderator Ist auch Moderator Bei NDR 1 Niedersachsen So Die Titelliste Die haben wir eigentlich schon präsentiert Da müssen wir nicht noch einmal Darauf hinweisen Und ihr könnt natürlich schreiben Da ist wie schon gesagt Die Anmeldung halt Pflicht Das heißt ihr müsst nicht unbedingt Generell auf die Auf die NDR 1 Bereich Seite Also auf die Radioseite Wo ihr das dann draufklicken müsst Das müsst ihr nicht machen Verkehr gibt es natürlich auch Das bedeutet Klar ist Die Senderanstalten der ARD Also die Landesanstalten Wie beispielsweise der WDR und der NDR Kümmern sich halt auch darum Dass das gut funktioniert Hier dauert es jetzt ein bisschen Mit dem Laden Das ist auch klar Das muss ja auch abgreifen Außerdem werden ja auch Aktuelle Daten abgerufen Das heißt wenn ihr geradewegs Unterwegs seid in Niedersachsen Dann seht ihr So voll sieht es aktuell aus Aber das schönste dabei ist Die App hat sich geradewegs Nämlich Über den Über das Programm Was ich euch nämlich jetzt zeige Sich nämlich aufgehangen Weswegen ihr jetzt kein Bild mehr sieht Weswegen ich da jetzt mal Ganz kurz Eingreifen muss Was ich auch ein bisschen schade finde Weswegen ich jetzt mal Euch mal kurz Nur das AppCheck Logo zeige Das ist leider deswegen So das Bittere daran Dass halt die App Dann am Abschmieren ist Aber ich versuche geradewegs Da mal ein bisschen was zu retten Was eigentlich glaube ich Nicht mehr möglich ist Weswegen ich dann das Da wohl ganz anders machen muss Okay Dann müsste ich mal ganz kurz Mal die Verbindungen schließen Und sie dann auch wieder Verbinden lassen Hoffe ich mal Das ist nochmal so gesagt Entschuldigung jetzt Und die weiteren Programme des Wir hören ja immer wieder Das Osnabrücker Land Beispielsweise weil wir da ja Näher dran sind Das Osnabrücker Land Da auch die Tagesschau gemacht wird Der NDR überlegt sich da noch was Sonst muss ich sagen Es ist richtig gut Dass der NDR sich wenigstens Überlegt hat Regionale Apps rauszubringen Im Gegensatz wahrscheinlich Zu anderen Sendeanstalten Bei RBB ist es so Die haben ja eine RBB24 App rausgebracht Dann hat ja der Bayerische Rundfunk Seine BR24 Und der SWR hat ja auch Eine regionale App Also es hängt ja wirklich Von den Sendegebieten ab Beim SWR beispielsweise Das kann man ja vergleichen Gibt es ja zwei Sendegebiete Einmal Baden-Württemberg Und Rheinland-Pfalz Im Gegensatz zum NDR Haben wir Niedersachsen Gleswig-Holstein Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Und wenn wir halt auch Auf NRW gucken Da hätten wir noch mehr Und da hat der WDR Auch keine eigene regionale App Dafür gibt es die aktuelle Stunde App Und auch die Gibt es eigentlich schon Die WDR aktuelle App Ich glaube nicht Aber werden wir sehen Wie sich das bis dahin entwickeln wird Derweil kann ich nur sagen Wenn ich Sterne vergeben würde Oder Punkte vergeben würde Von fünf Punkten Würde ich der NDR Niedersachsen App Vier von fünf Punkten geben Das ist jetzt auch mal ein bisschen neu Das will ich auch mal ein bisschen einführen Das muss ich nur da halt Nur in 14 Tagen wieder behalten Denn da gibt es dann auch wieder Eine neue Ausgabe des App-Checks Hier bei der ECHO TV Vorschläge für kostenlose Und freie und gute Apps Gute Apps, ob es gute Apps sind Voraussetzung hierbei Die Apps müssen für Android und IOS Fähig sein Es kann auch Windows Phone gehen Aber es soll halt Für die zwei wichtigsten Beziehungsweise weit verbreitesten Mobilen Betriebssysteme Also sprich Android und IOS Verfügbar sein Sie soll kostenlos sein Es dürfen In-App-Kosten dabei sein Also bedeutet Premium-Angebote Oder so Um beispielsweise Die Werbung wegzukriegen Warum ihr hier keine Werbung sieht Klar Das wird aus dem Aus dem Rundfunkbeitrag finanziert Wenigstens mal was Sinnvolles Um Damit man dann halt Die vollste unabhängige Information bekommt Derweil Vielen Dank fürs Zuschauen Für den App-Check Wir sehen uns in 14 Tagen wieder Vielen Dank Und auf Wiedersehen Vielen Dank